So, ich habe noch eine kleine Überraschung bekommen, vor Weihnachten sozusagen, und zwar den Solar Charge von Adidas, der mich bei einem meiner ersten Läufe jetzt nach dem Valencia Marathon heute schon begleitet hat. Man sieht es, ein bisschen eingelaufen ist er schon, ansonsten fast noch jungfräulich. Den Schuh gibt es nur bei den Running Spezialisten, also nirgendwo online, sondern nur beim Fachhändler eures Vertrauens. Den habe ich nämlich gestern in Regensburg abgeholt und bin soweit sehr angetan. Denn für mich steht jetzt erstmal lockere Läufe bis zum Jahreswechsel an und da ist der Solar Charge tatsächlich praktisch maßgeschneidert. Das Torschenelement in der Sohle und die Mischung aus einerseits Boost-Material, andererseits aber auch Light-Strike-Material, sorgt für ein sehr angenehmes und stabiles Laufgefühl. Das nahtlose Obermaterial fühlt sich klasse an und schmiegt sich perfekt dem Fuß an. Wird auf jeden Fall mein Schuh sein, der mich jetzt für die nächsten lockeren Läufe begleiten wird und ist ab jetzt beim Fachhändler eures Vertrauens erhältlich.